Ich bin extra mitten in der Nacht zum Merkur, umweltbewusst, CO2-neutral, mit einem 1PS-Motodiesel. Und dann haben sie es nur offen. Und die Zeit, das kann es nicht sein. Ich liebe die Merkur. Merkur in Feldbach, aber an der Uhrzeit nicht offen haben. Das ist schon eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Bis zum nächsten Mal.